Jo, meine Freunde und herzlich willkommen. Hier soll Triggers Team von zwar heute, spielen wir mal eine Runde von Call of Duty WWII. Als Erinnerungen müssen wir drei ausgeführte Gegenstände finden. Aber, naja... Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zuhause regeln wir die Dinge anders, von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich versteh das. Ich glaube mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mir auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also, gibt's keinen Grund zur Sorge. Hm. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Erzählst du jetzt, Mann... Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, erschieße ihn! Ich fährs los, ich fährs soß! Schneller! Ah! Tja! Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, Kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite! Alle anderen flankieren rechts! Das Haus sichern! Hör mir vor! Geh Bedeckung! Sie kommen von Südosten! Geh Pfing! Geh咬! Werfe! Rauchgranate! Werfe! Rauchgranate! Werfe! Rauchgranate! Werfe Rauchgranate! Geh Task! Geh leer! Wir laden raus! Bewegung voraus. Daniels, den Kopf unten halten! Auf den Füßen! Deckungsfeuer von längs! Feinde im ersten Stock! Gehe rein! Bin hinter dir! Abgehend erwischt! Gehe rein! Gehe rein! Waffen nähern sich! Sie ziehen sich zurück! Das war einmal zu weit. Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite! Alle anderen flankieren rechts! Das Haus sichern! Brücke vor! Geh Bedeckung! Sie sind ungeschützt! Ich darf nur wenig Spiele zu verpassen! Lärm sich den Süden! Daniels, den Kopf unten halten! Nachhut! Vereinung! Brücke vor! Wir haben irgendwas vor! Wir haben ihn invidiert! Deutsche! Deutsche! Erfe Rauchgranate! Bei der Tür! in der Tür! Lärm sich los! In einer Reihe! In einer Reihe! In einer Reihe! Herr los! In einer Reihe! In einer Reihe! Von der Tür! Run after! Ein, der von der Tür! Mit der Tür! Die Köpfen! Und der Alt! Sie kommen aus dem Osten. Fein geht aus der Deckung. Hab ihn erwischt. Rein und aus. Passen. Brenn unter. Gehe rein, wenn hinter dir. Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite. Alle anderen flankieren rechts. Das Haus sichern. Kommen Sie vor. Grenate geworfen. Er ist erledigt. Rauch, Grenate. Rauch, eine Rundgrenate. Bewehre bereit machen. An der Grenate. Hände wir. Wirf mal den Signal rauf rüber. Kontakt, 11 Uhr. Wir haben irgendwas vor. In einer Reihe bleiben. Begründet. Wir fliegen auf der Deckung. Eins zu bewegen. Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite. Alle anderen flankieren rechts. Das Haus sichern. Hüte vor. Erfein die Granate. Erfein die Granate. Feuerschutz. Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite. Alle anderen flankieren rechts. Das Haus sichern. Brücke vor. Gebe Deckung. Daniel, den Kopf unten halten. Vereinung, er ist erledigt. Wir sind leergeschossen. Lade nach. Erfe Granate. Erfeine Rundgrenate. Weinen. Oh my God. Du hast ihn. Ich bin leer! Ich bin hinter dir! Na los! Wagen näher in sich! Ich bin hinter dir! 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 Nein. Das wird schon wieder! Heiter durch, Kumpel! Ey, find me. Ich kann mich nicht bewegen! Halte durch, Kumpel! Deutsche Entdeckung! Wir sind hier Süden vor! Ich kann mich nicht bewegen! Geht! Ich kann nicht in! Direkt von Süden vor! Das wird schon wieder! Was ist das denn? Bitte hilf mir! Ich kann nicht gehen! Du wirst es schaffen! Du wirst es schaffen! Was? Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht gehen. Daniel, 12G des Halbkettfahrzeugs. Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht gehen. Daniel, 12G des Halbkettfahrzeugs. Beeilung, Beeilung. Bitte hilft mir, Hattel am Leib. Beeilung. Ich kann nicht gehen. Beeilung. Lade nach. Kann mich nicht bewegen. Keine mehr anstrengen. Daniel, 12G des Halbkettfahrzeugs. Bitte hilft mir. Ich kann nicht bewegen. Dann kommt ein Ameister. Das ist der Schreim. Ein Bremskritte. Daniels als MG des Halbketten Fahrzeuges Ey, ich war doch in Deckung gegangen Ich darf aber gewinnen, es wird sich gleich Du wirst es schaffen Was mache ich? Ich habe keine Fahrzeuges Ich habe keine Fahrzeuges Ungeschützte Infansliegen Rauswässer Was ist das für ein Fake? Was ist das für ein Fake? Da rufen wir uns bewegen! Na los, Tempo! Direkt von Süden vor! Keine leeren Flächen! Daniels als MG des Halbketten Fahrzeuges Bitte hilf mir! Zeugchen und vernehe! Ich sehe sie! Ich bin hier verraten! Er ist tot! Freundliche Truppen! Freunde gesichtet! Erster Stopp! Eigentlich gehe ich von dir! Hier ist der Lillie! Aus Bewegung! Sie gehen aus der Deckung! Bekehr geschossen! Lade nah! Der an den Raketen! Wir sind zufrieden! ersten Wir sind zufrieden! Der fangst! Der fangst! Die fangst! Check, voraus! Weile uns! Alle 다 los! Man kann eine russchauen Geh rüber damit! Man ist hier! Bin leer! Lade nach! Straße gesichert! An der Kirchentür sammeln! Gut, Herr Nils, Sie nehmen die Tür! Verstanden! Ah, zurück! Wo sind Sie hin? Sie müssen geflohen sein, als Sie uns gehört haben! Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen! Aufstocken, bevor wir zum Kronen gehen! Scheiße! M.G. Im ersten Stock! Entdeckung! Runter! Runter! Schmerzen! Erster Stock! Rausscheibe! Werfe eine Rauchgranate! Lecker! Lager! Da. R excellence! Beine! Beine! Registrate! Bleib! Ab einen! Ich habe ihn mit dir. Ich bin mit dir. Bleib! Geh! Hab einen! Da muss ich groß sein, wenn muss ich leiden können. Auf die Flanke achten! Rauscheid! Auf den Boden! Bleib! Bleib! Konzentriert! Hab ihn! Bleib! 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 Reim! Huh? Hello? Okay, sicher. Die Kirche gehört uns. Daniels, diese Kanonen suchen. Wir müssen diese Kanonen sehen. Gut, Daniels. Sie nehmen die Tür. Bewege mich zur Tür. Leute schießen unsere Jäger ab. Sassi, Aiello, rauslaut die Kanonen. Gras, Archie. Daniels, Stiles, mitkommen. Wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer. Bin froh, dass du da oben aufpasst. Kein Druck. Keine Sorge, ich gebe dir Deckung. Hoffentlich. Alle Mann die Treppe rauf. Bewegung. Die Treppen rauf. Leiter rauf. Ihr habt hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein. Na los, rauf da. Echt? Auf Sassmin, Achtung. Bereit halten. Okay, es geht los. Geben Sie Unterstützung, damit Sie diese Flags aufhalten können. Deutsche, brennenden Auto. Atme. Schalten Sie die Deutschen aus Sassmin, den Weg zur Flags versperren. Immer noch Feinde neben dem brennenden Auto. Nur noch zwei. Leuch, steht direkt vor Ihnen. Du hast das im Griff. Konzentrieren. Weiter neben. Gut gemacht, Daniel. Jawoll. Konzentrieren. Konzentrieren bleiben. Knapp vorbei. Scharfschützen im Gebäude. Feinde, erster Stock. Daniels, die Scharfschützen erledigen. Auf die Fenster achten. Aushalten. Unsere Jungs beschützen. Begrenze, die Scharfschützen. Ich habe doch... Auf Sassmin achten. Bereithalten. Okay, es geht los. Aufsache. 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 Geben Sie Unterstützen, Deutsche, am brennenden Auto. Verdammt! Gib ihm den Rest. Schalten Sie die Deutschen auf den Tasten und den Weg zur Flakverschwerden. Du hast das im Griff. Immer noch Feinde neben dem brennenden Auto. Konzentriert bleiben, Deutsche, direkt vor Ihnen. Nur noch einen scharfschützenden Gebäude. Feinde in erster Start. Daniels, die Scharfschützen erledigen. Auf die Fenster achten. Auf das mitbleiben. Hab sie. Beinahe erwischt. Bei Jettel und Saschen brauchen Feuerschutz. Ja, doch. Auf Saschen achten. Bereithalten. Okay, es geht los. Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flaks aushalten können. Deutsche, brennende Auto. Konzentriert bleiben. Gut gemacht, Daniels. Länger ist gesatzt, der Atlant-Brenner heute. Scharfschützen im Gebäude. Beine, erster Start. Knapp vorbei. Konzentriert. Wir haben sie festgenagelt. Auf die Fenster achten. Da drüben hinfeuern. Der steht nicht mehr auf. Streifschutz. Unsere Jungs beschützen. Die Flaks aushalten. Aiello und Saschen brauchen Feuerschutz. Deutsche, linke Flanke. Da ist noch eine Flak auf dem Hof. Unbemannt. Im Auge behalten. Sie sind in der Nähe. Atme. Flammenwerfer. Ich stehe. Sie haben Saschen eingekesselt. Kümmern Sie sich um den Rest. Feuert. Unser Trupp braucht Unterstützung. Bei Yello und Saschen brauchen Feuerschutz. Auf Saschen achten. Bereithalten. Okay, es geht los. Geben Sie Unterstützungsfeuer. Wenn Sie sich für eine ganze Zeit aufhalten können. Schnapp vorbei. Schatz, Sie die Deutschen im Grab. Wir haben gesagt, wir sind in den Platz versperrt. Konzentriert bleibend. Deutsche, direkt vor Ihnen. Gut, Herr Schwepp. Nur noch eins. Einer geht noch. Ja, wie schnell ist das? Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flags ausschalten können. Deutschen, brenn den Autor. Gib ihm den Rest. Erledigt. Weiter geht. Feiner, halt. Sie haben ihn. Deutsche, direkt vor Ihnen. Feinde, im ersten Stock. Sie haben sie festgenagelt. Wie fest. Auf die Fenster achten. Da drüben hinfeuern. Nur noch zwei. Auf unseren Trupp konzentrieren. Da drüben hinfeuern. Kümmern Sie sich um diesen Slopwerfer. Hab ihn. Kümmern Sie sich um den Rest. Feuer. Auf unseren Trupp konzentrieren. Er bewegt sich noch. Hab einen. Ich habe fast gehabt. Bereithalten. Okay, es geht los. Geben Sie sich um den Flags. Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flags ausschalten können. Links weg. Deutsche, am brennt den Autor. Er bewegt sich noch. Schalten Sie die Deutschen aus die Sonne und den Weg zur Flagsverschwerden. Er ist verwundet. Verdammt. Immer noch fein gegen den brennenden Autor. Immer das Gleiche. Gut gemacht, Daniel. Ewig. Feinde, erster Stock. Auf die Fenster achten. Ausschalten. Hab einen. Hab sie. Deutsche, linke Flanke. Da ist noch eine Flacke auf dem Hof. Unbemannt. Im Auge behalten. Wir haben den Flak erreicht. Flammenwerfer. Ich stehe. Konzentriert. Den Flammenwerfer ausscheinend. Nur beschlossen. Kümmern Sie sich um den Recht. Feuer. Er steht nicht mehr auf. Beinahe erwischt. Streifschuss. Unsere Jungs beschützen. Ja, geschafft. Wir haben sie festgenagelt. Halbkettenfahrzeuge fahren auf den Platz. Sie nageln unsere Jungs fest. Auf ihre Geschütze feuern. Da drüben hinfeuern. Sie sitzen fest. Auf die MGs feuern. Hap ihn. Bei Yellow und Sass. Wir brauchen Feuerschutz. Gesichert. Sie kommen den Flaks näher. Deutsche auf den Dächern. Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen. Nur noch zwei. Aushalten. Daniels, Deutsche am Ende der Straße. Hap einen. Sie werden von hinten beschossen. Halbkettenfahrzeug hinter Ihnen. Sie werden umstellen. Die Deutschen haben sie umstellen. Gut gemacht, Daniels. Ausschalten. Gib ihm den Rest. Komm. Was verdammt war das? Muss Turner sein. Weiter so. Geben sie Deckung, damit sie Sassmin helfen können. Ich bin aber so weit. Ich bin aber so weit. Sie haben sie umstellen. Sie werden geschossen. Halbkettenfahrzeug hinter Ihnen. Sie werden umstellen. Erledigt. Die Deutschen haben sie umstellen. Hab sie. Was verdammt war das? Muss Turner sein. Weiter so. Geben sie Deckung, damit sie Sassmin helfen können. Sie haben Sassmin eingekesselt. Also wenn man den Pogos kommt. Ich habe noch eine Flacke übrig. Woho. Der letzte eine Flacke am Εingang. Höfst ihr hier los? Ah, dieser Flacke. Einspakt. Alle von raus hier. Zu voraus. Gott. Ah. Daniels. Ich habe dich. Ich ruhe ab. Nein. NEIN! Achtung! Stimmt nicht da! Da ist aber wieder nichts. Leute. Ich hab dich festhalten! NEIN! Achtung! Raus den Weg da! Raus da! Schneller! Ja! 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 Oh Scheiße! Habe ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant! Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel! Ach Scheiße! Ich habe da drin zwei Männer verloren! Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören! Na los! Ich kann Sassme nicht sehen! Verdammt! Vor dem Einsturz waren Sie doch zusammen! Das Beste, was wir jetzt tun können, ist diese Position zu halten! Ich habe noch mehr Granaten, falls nötig! Position halten! Na los! Sie brauchen Deckungsfeuer! Sie fressen aus! Jetzt! Feuerstoff! Speicherfeuer! Geheimnis doch entstand! Die einen für denverein da! Geheimnis! Die einen fein da! Verstanden! Die Schöpfe! Die Schöpfe! Die Schöpfe! Verstanden! Nech! Ich sehe sie. Er bricht auf der Deckung. Voll in die Rübe. Ich sehe sie. 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 Was ist das? Wir haben Marie nie erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons... Ist halt gemacht, wie wir schon. Also es führt mich auf ein knackiges Like und ein Abo. Würde mich freuen. Auf Wiedersehen Leute.